hallo und herzlich willkommen liebe zuschauer von ahndungslos tv zurück bei wir sind jetzt wieder in der hauptstadt haben berkuli bericht erstattet und er hat faszinierend gesagt die theorie stimmen wird und so ein bisschen viel einfacher schauen wir mal ob unsere mission einfacher wird oder nicht die gucken mal ja Ich habe auch noch ein Ultinanos. Ich weiß es, dass es nicht so schwer. Diese Frau von einem kleinen Junge, die einem Schleifstoffe der Schleifers, die die Schleifers-Berich-Berich-Berich-Berich-Berich-Berich-Berich-Berich-Berich-Berich-Berich-Berich-Berich-Berich-Berich-Berich. Ich weiß es nicht, was ich nicht. Ich weiß es nicht, Medina. Ja, das war es vorhin schon. Wenn man ein bisschen schrauben kann, dann wird man nicht gewidmet. Et das ist... Das ist das? Nein, dass man nichts mehr verletzt hat. Es hat gesagt, dass man an den Kishar. Der Kishar hat das Wort nicht gewidmet. Wenn du so an, wenn du so an und ich so an, dann würde ich mir das. Der nächste Tag... Das war's für heute. Ich weiß nicht, was es passiert ist. Kapitel 2, 3, das ist doch schon mal gut. Kommen wir doch schon mal langsam ein Stückchen näher. Okay, wir gehen jetzt aber noch mal ein bisschen in die Stadt, ich weiß ihre Stärke, ja guck mal, Asuna ist immer noch Partner. Schon wieder Nebenaufträge aufgeploppt, ich sehe das schon. Außerdem gibt es ja auch noch ein paar Gespräche, die wir führen. Es ist ja immer noch so viele Nebenaufgaben, die wir ja offen haben. Okay, wir gehen erstmal einmal speichern. Und ja, wir haben da noch mit Yuji ein Gespräch zu führen und da war noch einer. Was will die? Wird sie etwas Zeit? Oh klar, stimmt etwas nicht. Naja, seit er im Ruhestand ist, reicht so ein Mann durch Norlangard. Er ist gerade, er ist wieder da, aber er hat sich unterwegs wohl verletzt. Also möchte ich, dass er nächstes Mal ein Gegengift mitnimmt. Besorgst du mir eins? So gut, mach ich doch gerne. Danke dir. Achso. Was brauchen wir dafür? Heilkraut S. Okay, die kaufen wir gleich einmal. Was? Was findest du jetzt? Oh. Doch nicht. Einkaufen. Okay, hier war da nicht. Bastelaufträge. Oh. Wir haben keinen Honig. Wir müssen auf jeden Fall irgendwann nochmal nach Norlangard und dann nochmal ein paar Sachen machen. Aber das hat auch noch Zeit. Und auch nicht. Andere die Medizin. Rüstung. Nicht, da nicht. Hier vorne. Werkzeug war das hier vielleicht. Ja. Oh, Heilkraut L kriegen wir auch schon. Wo. Können wir da schon mal wieder zurückgehen und das abgeben? Haben wir schon mal wieder in der Mission fertig. Bezeihe ich meine Dankbarkeit. Ich danke dir und der Mann, es war mir ein Vergnügen. War mir Instinkt armbrauf. Cool. wenn wir aber auf jeden fall noch mal gucken datos der silberte armreif hat mir nicht noch was was an kiste bekommen dann wieder auf was bekommen leintuch baumwolle irgendwas haben angriff stärke nein immer die falschen knöpfe ja da sowieso nicht jetzt habe ich doch irgendwas wollte ich doch bringt armreif gut auch nichts politbogen dunkelbogen du bist ein schaßiger und holt sie mehr ep er ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht wir gucken aber mal nach skills hier natürlich weiter keine asuna brauchen noch mal ein paar skills noch mal gucken 27 ist das hier ab hier das ist ja nochmal drei skills für dings holen und noch mal jetzt für so kamelle das und das dann hat das heißt muss doch noch mal proben skill holen der entschlag nein wenn man nenne ich das noch mal mit den tasten aber nicht heute gut das heißt sie haben das schon mal also da können wir mal ein skill baum weiter 12 skills haben jetzt noch übrig so jetzt gehen wir noch mal ein bisschen auf den speer kraft plus 20 verzögerung plus 10 lasst seine emotionen mit einer kettenseite freien lauf ein übler fluch mächtigt sich das gegner führt dessen gefahren anzeigen vergiftet ihn guck mal jetzt muss sie ja noch mal kirito ein bisschen aber kirito jetzt ein speer haben müssen wir mal gucken jetzt ist damit nicht über überraschungsangriff geht das nicht mit dem und dann bisher dafür hat der schlag wo wir das für dolche haben dann wir dafür dolche haben anno wird doch noch mal gucken dass ich solche wohl oder wie da meditation konzerträte ich gewaltig um die wertausbildungskriff zu optimieren gutes stoß kritische kraft ketten vorbereitung immer gucken ich hole mal dass ich glaube das müssen wir mal machen mal ein paar doch hier holen einmal geht es durch und auch so sofort fahren ja mal gucken da tut wir gar nicht also wir müssen ja hauptwaffe erstmal weg sind dies deutlich geht nur einer auch nicht in deutschen es sind nicht oder was ist es hier ja es ist natürlich hier ja ich bin ja auch doof ja nennt mich doof nennt mich doof denn ich bin es heuernde soldaten da ist er doch war schon das angriff haha war wer hat das schlag ein starker den gegnern und den nehmen wir mal mit eil kraut habe ich glaube ich noch nie gebraucht und aber lassen wir erst mal das probieren wir mal so nah wer hat positionen verteidigung geht hoch und angriff das ist gut sie nun bleibt angreifer als seiner heiler ja ja haben wir heile skills geht das entfernen muss wir haben keine heile skills haben wir überhaupt schon heiler freigeschaltet die schalten wir noch mal wir müssen mal gucken wenn man die heiler heile erfordert menge an schaden da haben wir auch nicht viel zu neulangard starten müssen wir dann nachher ok gut und das haben wir youtube das machen wir nachher auch noch gleich aber wir haben jetzt ein bisschen zu tun erstmal hier hast du mein zappel panze nein wenn wir jetzt noch mal gucken jetzt hier erstmal fest durch das ist ja anstrengend hier mit den ganzen neben quest bin ich bin ich wer bin ich was bin ich habe mich hier verlaufen jetzt ob man gar nicht durch das ist ja doof ich bin ich nicht gut muss ich jetzt echt außen rum laufen außen rum laufen das habe ich auch noch eine nebenaufgabe sagen grüß bäuerchen hast du schon von dem fantastischen fest gehört ja nein glaube ich will auch nichts davon hören warte warte ich bin netzchen baron der bankett sultan des säures für mich klingt so wie ein arsch gibt dir die gelegenheit ein zutat für mein fabelhaften festivitäten zu sammeln tut mir leid ich bin gerade ziemlich beschäftigt beschäftigt mit der vorfreude an diesem einmaligen erlebnis teilzuhaben verstehen alle gäste sind adelig des vierten rang des obteur wahre beruhmtheiten gefühlt sich bestimmt geehrt solch wichtigen leuten das essen zu credenzen naja ich mache ja eigentlich alles für geld also warum nicht ich brauche drei sortige büse und so viel davon wie du finden kannst die gelegenheit die annahmen zu machen ok was brauche ich habe ich das ballion und spinach ach du ernst ist nie wo kriegt das denn her was wird möchtest du wie läuft die suche ich weiß gar nicht was der bauch auch quatsch leifstein er wollte auch was haben hat hat schiefer oder so die quest haben wir auch noch offen das tut mir leid ein adeliger hat mir gerade den unmöglichen auftrag erteilt und wenn sich die auslieferung verzögert ist unser guter ruft vielleicht dahin bestehe kann ich dir helfen das würdest du es tun und zu mir dann alles was ich brauche ich brauche stoff damit ich ein paar kleider nähen kann viel auf dich na was brauchst du 40 mieden gravieren da können wir auch nichts zu machen weiter nach hier hin zum schmied ausrüstung verstecken können wir da was machen ja nein nein was für aufträge weltschwert außen klingel ab hier auch eine lederbrustpanzer armreich des lebens das haben wir alles durch man da oben sind auch zwei nebenaufträge da gehen wir noch mal hin wir haben ja ganze ganzen popo voll nebenaufgaben hoffentlich kriegen wir die irgendwann mal fertig hey du hast du kurz zeit ich habe meine bitte um geht's bin wissenschaftler und studiere die eigenschaften ein garten verschiedener besseren dafür hätte ich gern ein paar exemplare unterschiedlicher arten ach klingt eigentlich ganz vernünftig ich bin dabei ausgezeichnet du hast mir sehr geholfen das ist mir bitte reißen und klauen die sind für meine forschung unverzichtbar habe ich dafür genug ja vielen dank endlich kommt meine forschung etwas voran hier mit besten dank du warst meine große hilfe leichte eichenstiefel beweglichkeit und wirklichkeiten von vielleicht ist das ja was für die non nein ok aber bestimmt für niemanden anderen sonst aber seltenheit ist gut und das abschiebt das ist gilt 15 angriff aber das ist doch aber eigentlich gar nicht mehr so schlecht eigentlich ist das nicht schlecht also wenn man den damit dazu nimmt euer blitz sehr schwierig was möchtest du denn noch haben kochen ist so schwer mit der süßen brühe schmeckt es langweilig was ist denn los so habe ich das laut gesagt bin ganz frisch verheiratet und kann nicht kochen mein mann ist wundervoll stark nett und sieht auch noch gut aus gut zu wissen also wird so ein paar neue rezepte lernt wo entschuldige ich bin absolut vernarrt in ihnen genau das war mein plan möchte mein lieben im menorat etwas vorsetzt was er noch nie gegessen hat gute idee ein guter tag mit guten essen ja du verstehst mich machen wir etwas ganz verrückt ist und zeigt mir wie es geht klar möchtest die denn haben ein das haben wir sogar schon das ist irgendwie genau das gegenteil von neuen rezepten lernen danke schätze hier als kleines dankeschön was kriegen wir dann weiß feder ohrring und kommen ja präzision plus zwei nochmal gucken geht überall die verteidigung zu sehr runter gefällt mir alles nicht na gut auch kleidung visualisieren und badekleidung ein was können wir machen ich aber nicht ein gut wir haben jetzt wieder ganz nebenauf ganzen popo nebenaufgaben angenommen wir werden jetzt noch mal hier oben hingehen und da noch mal das gespräch führen das machen wir aber in der nächsten folge wenn wir jetzt so die letzten zwei gespräche hier drin führen wir sehen uns auf jeden fall in der nächsten folge wieder schaltet gerne auch wieder ein und vergesst natürlich nicht ein like und aber dazu lassen wir sehen uns beim nächsten mal wieder bei swedered online ich wünsche euch bis ein alles gute und auf wiedersehen